Dieses Investitionsschutzabkommen jetzt würde bedeuten, dass Konzerne, nehmen wir mal einen EU-Konzern wie ein SQ, der könnte in Amerika sagen, die und die Regel, die ihr geschaffen habt, das und das Gesetz, dass wir bestimmtes Wasser nicht verschmutzen dürfen oder verbrauchen dürfen, das gefällt uns nicht, ihr enteignet uns indirekt, das ist so ein Begriff, der da gewählt wird. Deswegen fordern wir jetzt Schadensersatz von euch. Diese Forderung hört sich erstmal irgendwie verrückt an, würde man auch über ein normales Gericht wahrscheinlich niemals durchbringen, aber es gibt ja eben so eine Konstruktion aus Schiedsgerichten, die ISDS heißen die. Schiedsgerichte, bei denen drei Anwälte sind, zwei werden vom Staat bzw. Investor gewählt und einer wird gemeinsam gewählt. Und diese drei machen in einem völlig intransparenten Verfahren untereinander aus, ob der Staat jetzt Schadensersatz zahlen muss, ob der Konzern leer ausgeht oder, und das ist noch verrückter eigentlich, dass der Staat seinen Gesetz, was er gerade gemacht hat, zurücknimmt. Also das heißt, ein Konzern würde jetzt hier über diesen Weg beeinflussen, wie Gesetzgebung funktioniert und würde Gesetze rückgängig machen können und würde sogar, und das ist unsere Annahme natürlich, den Staat dazu bringen, nur Gesetze herauszubringen, die keinem Konzern schaden, also keinem Konzern Profit nehmen. Ja, genauer sich das anzuschauen ist sicherlich sinnvoll. Ich weiß nicht, es gibt viele Videos dazu, die man sich anschauen kann, Erklärvideos zum Investitionsschutz, aber es macht auch Sinn, da mal genauer hinzuschauen und Texte dazu zu lesen, weil das wirklich eine sehr, sehr kranke Geschichte ist. Sie würden ursprünglich erfunden, dass irgendwelche Diktatoren in Ländern nicht Konzerne enteignen. Es mag bis zu einem gewissen Grad irgendwo sinnvoll sein, solange eine gewisse Rechtsstaatlichkeit sonst nicht möglich wäre, aber zwischen zwei demokratisch-rechtsstaatischen Staaten wie USA und EU macht es unserer Meinung nach gar keinen Sinn und sollte unbedingt draußen bleiben. Andere Geschichten, die aber leider nicht so groß in den Medien sind und nicht so groß diskutiert werden, sind genauso verrückt und wirklich heftigst kritisierenswert. Sowohl im TTIP als auch CETA, als auch in diesem anderen Abkommen, TISA, geht es um Dienstleistungen. Dienstleistungen ist ein riesiger Bereich und öffentliche Dienstleistungen sind ganz häufig Sachen, die wichtig sind für uns Menschen, dass die erhalten bleiben. Sei es die Müllabfuhr, sei es die Feuerwehr, sei es das öffentliche Gesundheitswesen. Es gibt ganz viele Dinge, wo wir in der Öffentlichkeit davon profitieren, wenn Dienstleistungen demokratisch organisiert sind und demokratisch verwaltet sind. In diesen drei Abkommen sind ganz viele neue Ideen sozusagen, wie man diese ganzen öffentlichen Dienstleistungen liberalisieren könnte, deregulieren könnte. Das sind jetzt komplizierte Begriffe dafür, dass man einfach sagt, man kann diese öffentlichen Dienstleistungen einfach auslagern, verkaufen und irgendjemand kann damit Geld verdienen. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Privatisieren von öffentlichen Dienstleistungen führt immer zu einer Verschlechterung, führt immer dazu, dass jemand Profit aus etwas ziehen möchte, was nicht Profit generieren kann. Öffentliches Gesundheitswesen kann nicht Profit generieren. Also ich bin selber Arzt, ich würde es nicht sagen, wenn ich das nicht aus Erfahrung wüsste. Zu anderen Themen würde ich sagen, das ist relativ offensichtlich, dass man da nicht Profit generieren kann, sondern das ist, was man steuerlich unterstützen muss, wo man einfach eine Struktur schaffen muss und das kostet Geld. Und das kann kein Geld generieren. Diese Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen ist schon seit vielen Jahren fortgeschritten. Das ist etwas, was in der EU schon sehr häufig und sehr viel gemacht wurde und in verschiedenen Abkommen auch schon vereinbart. Aber die Regeln, die im Moment gerade in diesen Abkommen drinstehen, die sind so verrückt, dass man erstmal nicht glauben möchte. Also wenn man das liest, dann denkt man wirklich, ist man jetzt irgendwie, denkt man jetzt komplett falsch. Die wollen einen negativer Listenansatz einführen. Das heißt, dass jetzt gesagt wird, nicht mehr wie früher, okay, wir machen jetzt aus, der Bereich darf liberalisiert werden und der Bereich und der, alles was da drinsteht, gilt, sondern man sagt, alles steht zur Disposition. Alles. Außer wir nehmen jetzt das raus, wir nehmen das raus, wir nehmen das raus. Das heißt, dass wirklich sich jeder Konzern überlegen könnte, okay, wenn das jetzt, aber das hier steht ja nicht drin. Und wenn man jetzt mal versucht, irgendwie aufzuschreiben, was alles öffentliche Dienstleistungen sind, da wird niemand, aber auch wirklich niemand, eine vollständige Liste schaffen, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge öffentlich zu verweisen. Das wird niemand schaffen. Also dieser Negativ Listenansatz ist neu und der ist völlig verrückt und der ist in allen diesen drei Abkommen drin. Ich weiß nicht, ob es euch noch interessiert, weitere Dinge zu haben zu gehen. zu den Abkommen. Also was ja das Problem ist, was auch viel diskutiert wurde, ist, dass die ganz intransparent verhandelt wurden, dass erst sehr spät überhaupt irgendwas rauskam. Man kennt das Verhandlungsmandat, aber man kennt keine Papiere, die jetzt verhandelt werden. Und zu allen den Anhörungen, die da stattfanden, wurden Lobbygruppen eingeladen von Industrievertretern. Von 130 Treffen waren 119 allein nur mit Lobbygruppen von Industrieverbänden. Während gleichzeitig das Europaparlament, die Vertreter des Europaparlaments, keinen Einglück in diese Verhandlungsdokumente haben dürfen. Oder neuerdings haben sie sich jetzt eingeführt, dass man Einglück haben darf in einem Raum, in dem man kein Handy, keinen Stift und keinen Zettel mit reinnehmen darf und in dem man nur lesen darf. Und das auch nur ausgewählte Leute. Also es ist ein unmäßig intransparenter Prozess, der da abläuft, um eben diese Details, die da drinstehen, die so verrückt sind, nicht rauskommen zu lassen. Wie gesagt, was ich jetzt erzählt habe, sind alles Dinge, die im Verhandlungsmandat stehen und die schon schlimm genug sind. Aber ich möchte nicht wissen, was in dem eigentlichen Papier noch alles drinsteht. Ja, somit, also wie gesagt, zu diesen Verhandlungsabkommen, ich möchte jetzt gar nicht das weiter ausführen, gibt es noch viele Punkte, die kritikwürdig sind und die wirklich verrückt sind. Und wo es Sinn macht, ganz viele Menschen darüber aufzuklären, was da alles drinsteht und das weiterzugeben, diese Information. Dazu muss man selber erstmal ein bisschen lesen und sich informieren. Aber wenn man auch mit zwei oder drei Punkte davon verstanden hat, macht das Sinn, auf die Straße zu gehen und das weiterzugeben. Und mit Leuten ins Gespräch zu kommen, dazu auch vielleicht mit Freunden, Bekannten, Verwandten darüber ins Gespräch zu kommen und davon zu erzählen, was das für eine Verrücktheit ist. Ich würde Dominik bitten, der jetzt auch mal einen freier Tag bleibt, sich einfach leider rumzugeben. Der eine Frage ist zum Titel, einfach ein paar kurze Informationen, worum es da geht. Der andere wäre einer, wenn ihr Lust habt, im Netzwerk mitzuarbeiten und uns zu helfen, dabei das weiter zu verbreiten. Die Kritik, wie gesagt, ist auf verschiedenen Ebenen jetzt. Und dass in den Medien da einiges schon läuft, finde ich persönlich sehr gut, auch wenn es wirklich sehr oberflächlich bleibt und die Gegenstimmen auch manchmal mehr Gewicht haben, sodass es Sinn macht, auch da natürlich weiter Medienarbeit zu leisten. Was wir tun können, ist Unterschriften zu sammeln. Und zwar bisher war es so, dass wir Petitionen gemacht haben, es gab im Kamp-Berg eine große Petition mit über 700.000 Unterschriften und viele andere kleine Petitionen zu diesem Thema. Aber im September soll eine Unterschriftenaktion starten als europäische Bürgerinitiative. Ich weiß nicht, ob damals der Beiwart, als die Wasserprivatisierung neu entschieden werden sollte auf EU-Ebene. Übrigens auch ein Thema, was mit TTIP wiederkommen würde. Damals haben über 1,5 Millionen Menschen in Europa gegen Wasserprivatisierung unterschrieben. in der Bürgerinitiative, die um Europa-Panament verhandelt werden muss. Also wir haben das geschafft worden, erst das Forum, dann muss darüber geredet werden und es hatte die EU-Kommission damals beeinflusst. Wir hoffen jetzt mit dieser neuen europäischen Bürgerinitiative ab September wieder so viele Unterschriften zusammenzukommen und wirklich wieder Druck zu machen auf die EU, die Behandlungen zu stoppen. Und es geht hier um das TTIP und CETA. speziell. Die Behandlungen komplett zu stoppen und ganz von vorn aufzurollen, wenn man jetzt Handel neu miteinander, also Handel mit USA neu organisieren will. Für diese Unterschriftenaktion, wie gesagt, das braucht eine Million Unterschriften, um erfolgreich zu sein. Und das in verschiedensten Ländern. Das heißt, wir können uns zweierlei helfen. Entweder kommt mit sozusagen hier, bei Straßenständen, Unterschriften von Leuten zu sammeln, die nicht internetfähig sind oder nicht verletzt sind. Ihr könnt über Facebook das natürlich teilen oder über eure Verteiler teilen und schauen, dass ganz viele Menschen das online unterschreiben, was eben auch möglich sein wird. Aber ganz wichtig ist besonders auch, das in andere Länder zu tragen. Also wenn ihr irgendjemanden kennt in anderen europäischen Ländern, die das weiter verbreiten könnten, die einfach sagen könnten, hier, schaut ihr mal die Seite an und unterschreibt mal hier, dann macht das Sinn, da die Leute darauf aufzufordern, weil die Kritik ist am größten in Deutschland und in Großbritannien, aber es braucht insgesamt sieben Ländern, in denen das Forum erreicht wird. Und dafür braucht es viel Energie und viele Verbindungen. Und jeder von euch hat sicherlich irgendeine Verbindung zu irgendjemandem europäischen Land, wo ihr uns damit helfen könnt. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal auf mich zukommen jetzt direkt. Wie gesagt, der eine Player ist von unserem Netzwerk Vorsicht Freihandel, was wir hier in Leipzig gegründet haben. Und da ist auch heute Abend direkt ein Treffen. Wenn ihr noch Lust habt, könnt ihr noch da später vorbeikommen. Beziehungsweise auf der Internetseite findet ihr die aktuellen Termine dann immer. Dann vielen Dank. Schönen Abend. Danke, Herr Minderwald. Ich möchte gerne, es war jetzt gar nicht so viel Inhalt und ich habe mitgekriegt, dass doch einige sehr, sehr interessiert zugehört haben. Das war sehr viel Stopp. Ich möchte das gerne machen, so wie wir es die letzten Montage gemacht haben. Aber es kann sein, dass jemand sagt, okay, jetzt würde ich aber, jetzt ist der mal da, der hat Ahnung, jetzt möchte ich mal was dazu sagen. Es kann auch sein, dass einer von euch einfach nur nach vorne kommt und jetzt hier seine Frage stellt. Also, zu der Rede. Also, was er jetzt gerade gesagt hat, hat mir quasi aus dem Herzen gesprochen. Ich bin natürlich kein Spezialist. Ich bin auch nur ein Mensch und so in allen meinen Fehlern und so weiter. Aber ich habe sofort gespürt, dass das Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA ganz schädlich ist. Warum sollten wir das machen? Ich weiß nicht, wir würden alle unsere Standards, unsere ökologischen und so weiter Standards aufs Spiel setzen und wir würden mit dem brutalen Kapitalismus, der schon in den USA herrscht, konfrontiert werden. Ja, darum geht es. Entschuldigung, ich bin halt ein bisschen gehört, aber so empfinde ich das. Sorry. Das war es. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur zum Ausdruck, dafür bin ich auch dankbar, dass ich das darf. Ich will das Freihandelsabkommen nicht. Danke. Jetzt kannst du noch mal ein Punkt anstrahlen, weil mir fehlt gerade ein. Ich wollte noch was anderes dazu sagen, weil ihr ja hier als Friedensdemonstration gegen den Krieg in der Ukraine seid. Es ist anzunehmen, dass diese Zweihandelsabkommen auch dadurch einen Auftrieb bekommen könnten, dass Leute jetzt durch die ganze mediale Verarbeitung dieses Krieges sich von Russland abkehren sollen. Sie sollen sagen, wir wollen kein Handel mehr mit Russland, weil wir sind so böse. Ich bin der Meinung, dass Putin ein schrecklicher Gewaltherrscher ist, aber das soll nichts damit zu tun haben, dass wir nicht mit Russland genauso Handel führen können wie mit anderen Ländern auch und dass wir hier nicht eine Blockade brauchen und einen Krieg brauchen, um hier Russland zu dämonisieren. Russland ist ein Land wie viele andere Länder auch in der Welt und es hat keinen Sinn, das zu dämonisieren und was. Aber das Problem ist an diesem TTIP ist zum Beispiel, dass wir im Moment ganz viel Gas aus Russland bekommen. Und diese Gasrecherungen aus Russland sind ganz normal, die gibt es schon bei sehr, sehr vielen Jahren. Wenn diese wegfallen würden, würde uns viel Gas fehlen, was wir im Moment nutzen. und der Plan meiner Meinung nach ist, dass die USA wollen, dass Fracking-Methoden nach Europa kommen. Und Fracking, diese Methode, um Gas aus Schieferschichten rauszubekommen, dass das nach Europa importiert werden soll. Und über das TTIP wäre das möglich und wenn man dann sagen kann, ja, aber wir müssen ja irgendwo das Gas herbekommen, weil wir haben ja kein Gas mehr, weil wir wollen ja nicht mehr mit Russland handeln, dann wäre das eine Möglichkeit, solche extrem unerträglichen Methoden hier in Europa einzuführen. Also das war noch so ein Punkt, der mir davon empfangen war, warum es auch mit dem Ukraine-Konflikt schon zu tun hat. Jetzt ist die Sache wieder dasselte. Kommt mal ein, zwei, die zu der ganzen Sache was sagen wollen. Habt du gerade mal den Julian hier? Gehört hat jeder wahrscheinlich schon was Frackingen, jeder hat schon gehört, was irgendwo, oder viele haben sich erschrocken, wo es dann im Klo hin und geht und sowas. Kommt nach vorne. Hallo, grüßt, macht euch auf. Also Frackingen ist wirklich scheiße, also das vergiftet uns das Kuhnwasser, zum Beispiel, möglicherweise, das wissen wir ja noch nicht, aber es geht eigentlich um etwas anderes. Es geht darum, dass wir für eine Systematik ausgebeutet werden sollen, für die der Mensch eigentlich nicht angelegt ist. Der Mensch will sich doch wohlfühlen, er will, ja, er will ein künstlichen Reihung sein, und ich glaube, okay, ich bin nicht so ein guter, ich bin nicht so ein equaler Mensch, oder wie das auch immer heißt, aber ich bin halt nicht, ich bin kein Sklaver, also zum Beispiel, für den Finanzminister, der Finanzkapitalismus. Und darum geht es ja auch. Die ganze Welt ist nur deshalb so strukturiert, wie sie strukturiert ist, weil der Finanzkapitalismus immer reicher und reicher werden will. Das ist einfach ein Fakt. Also der Finanzkapitalismus, das sind, steht euch schon mal vor, ich habe mal ein Buch gelesen, neulich, ab und zu lese ich auch mal ein Buch, da stand drin, die 85 reichsten Menschen der Erde, besitzen mehr als die ärmste Hälfte der Welt, das heißt, mehr als 3,3 oder 3,5 Milliarden Menschen. Das ist doch irre, ne? Das ist 85 Menschen, besitzen mehr als 3,3 Milliarden Menschen der Welt. Okay, das sind die Ärmsten, aber vielleicht haben die auch was, irgendwas haben sie schon, ne? Also wenn ein Organismus so funktionierte, dann wäre jeder Organismus fast sofort Tumult. Ein Organismus kann nur auf Harmonie, auf Gleichgewicht beruhen, das geht gar nicht anders. Ja? Und so ist es halt. Und das, also ich will mich einfach nicht sonst klar machen lassen, und das bin ich auch nicht. Also, okay. Schönen Dank. Ja, ich hatte gerade mal mit dem Vorredner gesprochen, also es ging um Gesundheit, und das Gesundheitssystem in Deutschland, was grundsätzlich ja eins der besten weltweit ist, was mich an der ganzen Sache, also ich habe auch vor ein paar Tagen über Kontraste einen Bericht gesehen, was mit TTIP zusammenhingen, und was eigentlich das Schlimme ist, dass uns nicht die Augen geöffnet werden, dass selbst Politiker von diesen zentralen Themen, die ja global irgendwie eine mega Auswirkung haben, überhaupt gar keine Ahnung haben, das ist etwas, wo jeder aufhorchen sollte, weil das ist, ja, kann man sagen, einfach Geheimniskrämerei, warum, das ist die Frage, warum machen Sie sowas? Ich denke, es hängt damit zusammen, wenn man die Themen konkret ansprechen würde, würde jeder aufwachen. Da ist zum einen das Thema Gesundheit, und in dem Bereich, ich arbeite selber in dem Bereich, ist es dramatisch, was die Entwicklung dann durch eine Privatisierung von Krankenhäusern, von Gesundheitsinstitutionen bringen würde. Das wäre nämlich der gesamte Wegfall unseres sozialen Systems. Also wir hätten überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, Krankenversicherungen in der Form, ja, geltend zu machen, also das, was jetzt momentan ist, und es ist schon schlimmer geworden in den letzten Jahren, was ich selber auch miterlebt habe, dass schon an Patienten extrem gewirtschaftet wird. Und das hängt auch in gewisser Weise mit der Privatisierung von Krankenhäusern zusammen, mit der Art und Weise, wo Gelder entnommen wurden, und natürlich irgendwo muss das Geld wieder reinkommen, aber diese Entwicklung ist dramatisch. Also letztendlich, wenn TTIP und CETA und all diese Dinge kommen, also auch die, kann man sagen, der Kauf der Dienstleistungen, dann denke ich, haben wir keine Chance mehr, ein sozial gerechtes Gesundheitssystem in unserer Welt, oder in dieser, ja, in unserer Gesellschaft zu haben. Und das ist, ja, nachdenkenswert, in jedem Fall. so ein Handelsstandard für sich zu klären. Der hat noch eine Dauer. Wir fallen immer wieder neue Details ein. Also was noch ganz wichtig ist, und das ist auch so etwas, was völlig verrückt ist, wenn man das liest, da stehen Regeln drin in diesen Verhandlungsmandaten, die dazu führen würden, wenn so eine Regel erst mal gemacht ist, also wenn jetzt zum Beispiel im Teaser steht das drin, wenn so eine Deregulierung von Dienstleistungen, wie das jetzt im Gesundheitsbereich zum Beispiel geschieht, wenn die erst mal gemacht ist, dann kann nicht mehr wieder reguliert werden. Es kann also nicht mehr wieder in öffentliche Hände zurückgenommen werden. Es kann die Wasserversorgung, wenn sie einmal privatisiert worden ist, kann sie nicht wieder rekommunalisiert werden, wo es ja eigentlich heutzutage sehr viele Bürgerinitiativen gibt zur Rekommunalisierung von Wasser. Also in Paris haben sie zum Beispiel erfolgreich geschafft. In Berlin ist es gescheitert leider mit der Energie. Solche Dinge, die könnten gar nicht mehr gemacht werden, weil das nicht mehr erlaubt wäre, weil immer nur die Richtung in Liberalisierung, in Deregulierung stattfinden würde und Privatisierung und die andere Richtung ist geblockt durch viele Regeln. Und wenn diese Abkommen erst mal durch sind, dann können sie auch nur dann wieder rückgängig gemacht werden, wenn alle Staaten, die das Abkommen unterzeichnet haben, auch wieder dagegen unterzeichnen würden. Das heißt also, der Moment des Widerstandes muss vor dem Abkommen sein. Es kann nicht sein, dass die Abkommen durchkommen, aber wir dann erst aufstehen. Wir müssen vorher dafür gesorgt haben, dass die Politiker das nicht machen. Und ich hoffe, dass wir es schaffen und dass wir Menschen davon überzeugen, uns dabei zu helfen. Ich muss jetzt leider los zum Netzwerk treffen, aber ich wollte hier vorerst sprechen, um so viele Interessierte zu sehen und hier sehen uns mal irgendwann im Infostand oder irgendwo wieder. Dankeschön. Achso, wenn ihr noch im Test habt, mitzumachen, ihr könnt euch auch hier auf einer Unterschriften, naja, auf einer Liste eintragen, also eine E-Mail-Liste. Wir haben einen Verteiler für dieses Netzwerk, da könntet ihr uns helfen, direkt die Unterschriften zu sammeln. Da könnt ihr eine E-Mail-Adresse eingeben, ich würde die in den Verteiler eintragen. Und da kommen halt dann immer die E-Mails, wann das nächste Treffen ist, was auf der Tagesordnung steht, vielleicht manchmal auch aktuelle Informationen. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr euch da eintragen. Dankeschön. Schönen Abend. Also ich würde dann den Ingo, den die Ukraine bitten, ans Mikro zu kommen. Er macht die antimilitaristischen Nachrichten. Das ist ziemlich aktuell und sehr informativ für bestimmt viele von euch. Und danach kann man bestimmt noch mal ein Diskurs machen. Also ich bin in Ukraine, ich lese die Nachrichten vor. Das erste ist aus einem Figaro-Interview mit Jagdus Mert, der ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Nationalgesammlungsfonds von Frankreich. Die Verhängung von Sanktionen gegen Russland ist eine äußerst übereilte, undurchdachte und für Frankreich tödliche Entscheidung gewesen, die unter Druck der EU getroffen wurde. Das war ein Fehler, weil der Ukraine-Konflikt unter Teilnahme russischsprachiger Ausständischer ein ausgesprochen regionaler Konflikt ist, als Folge des Zerfalls der Sowjetunion. Es ist auch eine Folge von Ereignissen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, als viele Ukrainer auf der Seite der Nazis gekämpft haben. Weiter heißt es, statt den Konflikt nach Kräften die Spitze zu nehmen, wird dadurch die EU-Sanktionen gegen Russland nur internationalisiert. Solche Schritte verschlechtern die Lage nur weiter. Die internationalen Spannungen nehmen zu. Wir werden nicht in der Lage sein, Russland mit gezielten Wirtschaftssanktionen in die Knie zu ziehen. Genauso wie solche Schritte gegen die USA und Norddeutschland gewesen wären. Und weiter sagt er, das sind alles Zertage, unter den Bedingungen, da Frankreich gegen ökonomische, finanzielle und Budgetprobleme zu kämpfen hat, kann die Beeinträchtigung unseres Exports nach Russland mit einem Selbstvergleich gesetzt werden. Denn dieser Export ist wichtig, auch für die Schaffung von Arbeitsplätzen in Frankreich und für unseren Handelsglanz. Die Regierung Frankreichs und die EU handeln wie Einfachspinsel. Ein anderes Betrag betrifft die Ausfälle, die kommen könnten, wenn Russland die Überflüge nicht mehr finanziert bekommt. Es handelt sich um gute Einnahmen aus den Überflügen, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Dimitri Peskov. Man muss alle Pros und Kontras abwägen, um nicht den Amerikanern und Europäern zu ähneln und sich selbst mit dem Hammer auf den Kopf zu schlagen. Das nächste ist ein kurzes Zitat von Joachim Krause, Professor für internationale Politik an der Uni Kiel mit dem Thema zum Thema Recht Rüstungsexporte im Tagesspiegel vom Freitag. Kiel ist ein Standort von sehr vielen Rüstungstirmen. Er sagt, die Waffen haben weder zu Ankunftskriegen noch zur Eskalation und erst recht nicht zur Repression beigetragen. Und jetzt kommen noch ein paar Zeilen zum Irak-Krieg von Knut Mölgentin aus dem Kommentar vom Wochenende in der Jungen Welt mit dem Überschrift Wieder im Krieg. US-Liftankworte im Irak. Auch wenn Obama und sein Außenminister John Kerry es immer wieder verhält, vehement beschreiten. Für die gegenwärtige Situation im Irak sind hauptsächlich die USA verantwortlich. Erstens, weil sie durch ihren Einmarsch im März 2003 einen funktionierenden Staat zerstörten und ein unregierbares Chaos hinterließen. Dann kommt weiter. Zweitens sind die USA auch dadurch verantwortlich, dass sie in Kooperation mit allen, vor allem mit Saudi-Arabien, seit Jahrzehnten den internationalen Dschihadismus züchten, finanzieren und bewachen, um ihn später irgendwann zu bekämpfen, wenn ihnen das nützlich erscheint. So geschehen in Afghanistan, in Libyen, in Syrien und eben auch im Irak. Mal sollte auf diese Weise diese Werte-Munion bekämpft werden, mal der Iran oder es sollte einfach ein unbeliebsamer Politiker beseitigt werden. Hunderttausende Tote, Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen sind die Kollateralschäden dieser zivilischen Strategie. Dankeschön. Entschuldigung, ich muss schon wieder, also, ich habe natürlich auch zu diesem Problem, die er jetzt gerade angesprochen hat, wie ihr alle wahrscheinlich schon Gedanken gemacht. Ja, ich habe mich gefragt, wieso können wir nicht friedlich miteinander leben? Also, und, also, zum Beispiel jetzt der Ukraine-Russland-Konflikt oder, ne, Israel und so weiter und so fort. Also, wieso, kann ich, wieso gibt es Probleme? Warum? Na, wieder. Das muss dann eine Ursache haben. Sind sie so blöd in der Ukraine und in Russland, dass sie nicht miteinander friedlich leben können oder in Israel und in Gaza? Nein, das liegt am Kapitalismus. Das ist ganz einfach. Natürlich, es geht nur um Geh, um Kohle. Nur darum geht es. Das heißt, wir müssen einfach unsere, unser Verhalten zum Kapitalismus ändern. Das heißt, wir müssen ihn abschaffen. Ganz einfach. Und dann wird es, wir sind doch keine Kaufidioten, keine Kaufsklappen, zu denen wir jetzt gerade quasi gemacht worden sind seit der Wende. Ich bin übrigens anerkannter politischer Häftling unter DDR gewesen. Haha. Kurzer Schatz. Nee, aber so ist es. Ich bin doch nicht als Kaufidioten. Darum geht es. Und warum? Ja, es gibt, habe ich vorhin schon mal gesagt, dieses Verhältnis, 85 der reichsten Leute der Welt besitzen genauso viel wie die Hälfte der ärmsten Hälfte der Welt seien haben wir Lappen oder so. Das ist irgendwie ein Missverhältnis. Und darüber muss man nachdenken. Also ich frage mich mehr, als ich hier Platz einnehmen darf. Und so. Genau. Hallo. Ich denke, der Vorredner hat einen guten Punkt gemacht. Ich bin nicht mal acht Jahre gewesen. Da hat sich Deutschland transformiert, Ostdeutschland nach der Wende. Und ich denke, in den darauffolgenden Jahren hat sich sehr viel verändert, für viele von uns. Mittlerweile nicht bei dem Standpunkt wofür. Was ist aus Deutschland geworden? Was ist aus Europa geworden? Alle streben nur noch nach Kapitalismus. Das ist was Schlechtes? Eigentlich nicht. Wir haben super Handys, wir haben tolle Computer, alles Mögliche. Wir haben tolle Autos. Aber trotzdem, was passiert? Politiker werden immer korrupter. entscheiden sich nur noch für die Wirtschaft und gegen die Leute. Wie schon vorgesagt wurde, die großen Länder zwingen den kleineren Ländern ihre eigenen Regeln auf. Die kleineren Länder zwingen den Bürgern ihre Regeln auf. Wird irgendjemand gefragt, wird von uns jemand gefragt, was ist in Demokratie? Wir gehen ja wählen. Ich muss ehrlich sein, ich habe in meinem Leben noch nie gewählt. Warum? Weil ich habe, bringt eh nichts. Ja, es ist das so. Kriegt eh nichts. Jeder Politiker kümmert sich um diejenigen, die ihn füttern. Wie sagt man? Man weiß nicht die Hand, er füttert. Wer füttert denn? Es ist die Wirtschaft. Leider. Was passiert mit Ukraine? Genau dasselbe. Ist Putin schuld? Keine Ahnung. Ich denke nicht. Ich denke, es wird ein Putsch organisiert, der politischen Mächten hilft, in den Markt zu kommen. Ich finde es schlimm. Es ist wahnsinnig schlimm. Und Europa steht bei, entscheidet man für Sanktionen, für die USA, wie immer, gegen Russland. wo Russland für irgendjemand von euch eine Gefahr vor einem Jahr? Hat jemand gedacht, oh, die kommen, die werden nach Polen einmarschieren, die kommen nach Deutschland. Hat es irgendjemand gedacht? Gebt doch mal die Hand. Und plötzlich wird Putin hingestellt, als ob er irgendeine Massenmörder wäre, ob er versucht, ganz Europa einzunehmen. Wer hat denn die demokratie über Graben in Ukraine? Das war nicht Putin. Er hat nur reagiert. Und genauso geht es überall anders. Genauso geht es hier. Genauso geht es mit diesen Verträgen, die abgestimmt werden. Wer hat mir gefragt, dass das Beispiel mit der Wasser Versorgung ist super. Irgendwann mal bezahlen wir 10 Euro für einen Liter. Können wir was dagegen machen? Nee! Weil unsere Repräsentanten haben dafür bestimmt, es in privates Für-Gewinn Unternehmen umzuändern. Und dann ich denke wir sind uns der Gefahren des jetzigen Kapitalismus nicht bewusst. Ich denke viele von uns vergessen dass mittlerweile Kapitalismus in Krieg zur Gewinnahme unbegändert wurde. Und das ist was sehr gefährliches. Ich denke wir sollten mal alle drüber nachdenken wie wir wirklich Veränderungen bringen können. Wie wir in Europa verhindern können dass wir in so einen Krieg mit noch mal hinein gezogen werden. Ich finde es sehr bestürzend dass ich in der Zeitung lesen muss dass unser eigener Bundespräsident uns fordert mehr Verantwortung in internationalen Konflikten zu übernehmen. Schlimm! Es scheint als ob manche nicht gegangen haben aus den letzten 70 Jahren. Was bringt uns Krieg? Irgendwann steht eine Seite da als der Verlierer. Aber eigentlich sind wir alle die Verlierer. Wir alle. Nur die Unternehmen gewinnen. Diejenigen die die Waffen verkaufen, diejenigen die ihre Produkte an den Markt bringen und in billigen Ländern produzieren können. Am Ende haben wir nichts davon. Und das ist Traurige. Ich finde es ganz wichtig, dass hier von Frieden und gegen die deutschen Bundeswehr Ansätze protestiert wird. Und ich denke, dass der 1. 9. als Friedenstag oder auch Antikriegstag ganz wichtig ist, dass wir auf die Straße gehen. Wir würden von der Montagsdemo, die sich immer am Willy-Brandt-Platz trifft, also von dieser bundesweiten Montagsdemo, würden wir gerne mit euch demonstrieren und gemeinsam mit euch den Antikriegstag begehen. Möchte ich euch informieren, dass wir das gemeinsam machen. Dann kämpft. Hallo alle zusammen. Ich war schon auf einigen Montagsdemos gewesen, ich habe mich schon sehr oft angehört und ich habe leider immer wieder hören müssen, dass Leute sagen, geht nicht wählen. Ich weiß nicht, ob der Brust, der von euch weiß, dass wenn ihr nicht wählen geht, dass ihr eure Stimme automatisch Bankparteien abgibt, die diese Stimme nicht bekommen sollten. Ich sage zum Beispiel MpD. Ich möchte euch bitten, geht wohin, macht euren Schein unkenntlich, wenn ihr schon abgeben wollt, das ist eine Möglichkeit. Oder gibt es hier irgendwelche Landparteien, keine Ahnung, Schrebergartenparteien, oder was weiß ich, keine Ahnung. Und welche, gibt es den Linken zum Beispiel, oder Piraten, keine Ahnung, ihr müsst eine eigene Meinung bilden, aber überlasst eurer Stimme nicht irgendwelche Parteien, die verkehrt nicht sein können. Danke. Noch einmal. Also ich bin jetzt schon immer wehlen gar nicht der weiterhin wehlen, aber ich finde schon das Nichtwillen auch als einen Ausdruck meiner Wahlen. Und so und vor allen Dingen, wenn jetzt wie du das fortrust, jeder wehen soll, nur weil er nicht wehlen gehen will, dann würde das ja das ganze Bild verzerren. Die Gesellschaft soll sich ja so aufstellen, wie sie sich aufstellen. Und wenn jemand nicht wehlen geht, dann hat er einen guten Grund dafür. Dann wird die Gesellschaft eben so, wie sie werden soll, wie sie von der wirklichen Kraft der Gesellschaft geschaffen wird. Also die schafft so eine Rotation, dass die Mitte immer kleiner wird und die Rente immer größer werden und deshalb gehen die Rente immer weniger wehen. Ganz einfach. Ich finde deine Meinung völlig in Ordnung. Akzeptiere ich voll ganz. Wie ich gesagt habe, wenn du nicht wählen gehen willst. Achte darauf, wenn du wählen gehst. Okay. Möchtest du zu preis gehen? Ja, ich wähle die Linke. Du wählst die Linke, finde ich super. Wenn du aber nicht sicher sein solltest, was du wählen willst, dann mach den Schein einfach unkenntlich lauflich. Es sagt keiner, dass du nicht wählen gehen sollst. Du wählen. Aber wenn du sagst, du willst nicht wählen gehen, dann gibst du bestimmten Automatschabend. Dass ich gehe, auf jeden Fall. Und wenn du es tust, aber nicht sicher bist, ach, okay, dann stehe ich auf dem Schlauch. Verrat es mir doch mal. Ja, bitte. Diejenigen, die nicht wählen gehen in unsere Gesellschaft, sind von unserer Gesellschaft dafür geschaffen worden. Das heißt, unsere Gesellschaft hat nicht jeder geschaffen. Das heißt, sie sind desillusioniert. Sie finden sich in eine Hand gedrückt. Das ist ziemlich schwer, zu sagen. So ist es. Du sagst das zum Beispiel, vielleicht hast du eine bessere Situation, eine bessere gesellschaftliche Situation. aber es gibt Menschen, die sagen sich, was ich werde von allem aus gestolten. Warum soll ich wählen? Wen soll ich wählen? Und vielleicht haben die auch schon einmal oder zweimal gewählt und es ändert sich für die nichts. Gar nichts. Das ist das Problem. Deshalb sollten wir vielleicht mal über eine Ausdruck parlamentar so. Also, um diese Leute geht es doch. Die Leute, die nicht wissen, was sie wählen sollen, die sollen sich nicht blind für irgendeine Partei entscheiden. Verstehst du? Wieso nicht? Wir sollten nicht wissen nicht Okay, ich glaube, das wird der Ende ist. So, wir lassen das an dieser Stelle und müssen noch andere Leute reden. Möchtest du? Danke. Ich wollte noch mal kurz zum Wählen was sagen. Ihr könnt jeden Tag wählen, Leute. Wir hatten das und der nette Herr hat gesagt, wir unterlegen hier mehr oder weniger einem Konsumzwang, aber ihr könnt jeden Tag wählen, ihr könnt wählen, was ihr esst und was ihr trinkt und was ihr raucht und was auch immer ihr sonst so konsumiert. Was ihr für die Musik hört? Auch was ihr für die Musik hört. Dass ihr nicht die großen Labels unterstützt, nicht nur die gesteinten Musiker. Also, wählt jeden Tag, hört auf, euch mit einem Kreuz alle vier Jahre zu begnügen. Danke. Der junge Herbert hat einen guten Punkt gemacht. Er hat gemeint, woher wissen wir, welche Partei nicht gefährlich für uns ist. Ich denke, deswegen sind wir heute hier oder nicht. Wir haben eine CDU, SPD, Regierung, wenn ich mich nicht irre. Und woher wissen wir, dass die nicht gefährlich werden? Woher wissen wir dann nicht, dass sie in drei Monaten sagen, Deutschland unter dem NATO-Bündnis muss Krieg ziehen unter der Vormacht der USA, die uns dazu zwingen, unter den Bündnis mit Insel werden. Wer hätte man von euch dafür gewählt? Keiner, niemand. Richtig. Wie viele Leute in Deutschland denken, würden dafür werden, in den Krieg zu ziehen? Oder für diese seltsamen Trans-Pacific Partnership Agreements? Wer würde denn dazu sagen, ja, ich brauche nicht lesen, aber es ist super geil. Mach ich. Niemand. Und ich denke, da sind die Grenzen der Demokratie sichtbar. Wie viel haben wir eigentlich zu sagen? Jeder von uns weiß, wie man eine Geldautomate benutzt. Jeder weiß, wie man ein Laptop benutzt. Jeder weiß, wie man ein Telefon benutzt. Warum können wir nicht auf einer Referendum-Basis wählen? Wie in der Schweiz? Warum können wir nicht sagen, ja, wir wollen Krieg oder nein, wir wollen es nicht? Oder wir wollen den Vertrag oder den nicht? Darüber würde ich mal nachdenken, ehrlich. Deswegen gehe ich nicht wählen, weil ich denke, trotz wählen habe ich keine politische Partizipation. Da haben wir ja ein Thema. Ein Endloses. Wenn jemand auch noch mal ein anderes hat, du schwerst das nicht, ich will das Mikro nicht gleich abdrehen. Was mich zum Beispiel noch sehr bewegt, ist dass im September, das ist mir wirklich nicht mehr weit, NATO-Streitkräfte in der Ukraine, in Polen zusammengeführt werden, dass man das Konzentrationsräume, Konzentration heißt Gewaltbereitschaft, das war immer so, das hat es meiner hier bei Leipzig haben sich vor etlichen Jahren auch Streitkräfte, streitende Kräfte konzentriert und hat sich dann abgeschmacht und was anderes war es nicht und ich habe vor jedem Manöver Angst, ich habe vor jedem Übungsfeld Angst, Angst war ja nicht ich bin bequemmt, ich verstehe diese Menschen nicht, ich weiß nicht warum das sein muss und ich habe jetzt Angst, dass an der Ostgrenze Europas oder auch außerhalb Europas sehr dicht an Streitkräfte in ungeahnter massiven Gewaltform zusammengeführt werden und ich habe Angst vor diesen Menschen die sowas andenken für mich ihr kennt vielleicht manche kennen auch diese Geldscheine wer Banknoten nachmacht und wer derartige Manuel war angeht der gehört bestraft das muss ein EU recht werden wer so bringt der muss der hilft den Therapeuten der gehört eingesperrt und zur Verantwortung genommen der kann damit keine Karriere machen dürfen Menschen die einen Beruf erwählen um Munition und Waffen herzustellen um anderen Menschen zu schaden überhaupt nur die Möglichkeit zu haben so ihr Geld zu verdienen gehören nicht gestraft aber denen gehört andere Arbeit gut bezahlte Arbeit gegeben das ist das was passieren muss wenn wir Frieden herstellen wollen ich habe also Angst dass immer mehr in diese Konzentrationsräume hinein die natürlich nicht nur in Europa nicht nur in Ukraine sind die in Afrika sind die in Saudi Arabien sind dass da immer mehr Gewalt hineingedacht wird immer mehr Gewalt dahin verkauft wird und dann natürlich das ist doch nur eine Folge das wissen wir die Gewalt wird dann auch irgendwann angewandt da habe ich Angst und wenn es irgendjemand von euch hier zu Hause geht oder er möchte was sagen spricht der nimm na klar komm rein ich bin politiker casher oder so ich will auch gegen die scheiß partei gründen weil ich denke wir müssen halt um die geholt das wird uns halt seltener auch für mich kommt es gibt so eine cash aktion alter weißt und ich bin auf jeden Fall mit Freisäen mit PiS das wirklich PiS das funktioniert aber das wissen wir ja grad schon sonst wird wir nicht mehr sitzen und das nicht unsere lieben partei weil die nennen wir die schwarzen hauble weg und wenn wir das alle wissen wir wissen wo uns wein sein oder und zwar ist das einfach eine menschliche geste rund uns allen das wir uns liegen und das war's eigentlich oder wenn ich meine was von den leute sagen die was davor stehen oder blatt ablösen bitte das war jetzt cool alter ja ich wüsste dann fragt euch nicht aber ich nicht sehen wenn du bist doch mal die bunt scheiß groß lassen man wisst wenn jetzt alle panik machen mit so scheiße mit allen schnauzeiten dann sind alle nazis böse und so und wenn ich die bun frage wenn der böse bin dann sagen die alle nöt wo sind die krassen kopf Alter, die muss in der Vision stehen. Oder? Oder? Ey, komm jetzt! Ey, Babs, komm! Macht mir auch mal eine Welle, Alter! Ihr könnt das jetzt nicht mit dem Pfandpiraten rüberlassen, was so piez ist, oder? Aber bevor wir die Männer machen, musst du dich das mal vorstellen. Also ich bin klein, Mathe. Ich bin klein, Mathe. Hallo, Mathe. Wie ist's? Das war doch nicht schlecht. Kann man ja ans Mic kommen und du eigentlich auch keine Mutter annehmen? Ich bin klein, als ich meine, dass ich keiner quatscht, Alter! Weil ja, wie wir quatschen, wenn wir über die Wiese reden, oder? Doch, ich hab noch Mut getroffen, Mann! Ich glaube, wir haben Mut getroffen, Mann, oder? Singen, sagst du! Singen! Singen! Bevor die große Mutter losgeht, hab die nicht dagegen. Hat mich vielleicht doch noch jemand, was... Friedenspolitisch, irgendwas auf dem Herzen, hat's irgend eine Mutte, die sagt, hier, mein Kind, ich will das nicht, dass der irgendwann nur was werden kann, wenn er zur Bundeswehr geht. Gibt's das dann nicht, das Gefühl? Ja, auf jeden Fall gehst du nur mit dir stehen. Also es heißt... Du, willst du was sagen? Da kommt jemand direkt auf mich zu. Beifall! Ähm, ja, ich will eigentlich nur ganz kurz was sagen, und zwar, ich find's total scheiße, dass ja Millionen Menschen zur Fußweide irgendwo auf die Straße gehen, ja, da ein Team anfeuern, was sie nicht mal sehen, dass sie das anfeuern, und da dort ja eigenes Fest in Deutschland, dass hier die ganze Scheiße passiert, und da welche Menschen dafür unterzückt werden, oder was weiß der Geiger, dass da einfach zu Hause gesessen wird, ja, geh ich nicht hin, oder, klingt halt eh nichts. Aber ich finde, das ist die falsche Einstellung, ja, voll verlos. Also eins musst du noch sagen, Entschuldigung. Was? Entschuldigung, ich muss noch eins sagen. Singen, singen! Äh, sagst du einen Moment. Ich würde sagen, wir sollten uns abgewöhnen, etwas scheiße zu finden, sondern wir sollten uns vielleicht positiver denken. Also wir sollten denken, wie sich etwas besser machen lässt, und wir sollten nicht herumbilden, dass irgendwas scheiße ist, sondern wir sollten sagen, so könnte es besser gehen. Okay, also das ist vielleicht der bessere Ansatz. Wie meint der Schulze? Nicht einmal der Schulze. Das ist mein Name. Scheiße. Hallo, Mette. Wie geht's dir heute mit? Ich weiß nicht. Na, jetzt muss ich ja doch noch was sagen. Wenn dir irgendwas besser gehen soll. Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, ich hab so ein großes Bodenplakat mitgebracht. Achso, mein Name ist Volker. Und dort wird die ganz simple Frage gestellt, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre, weil Ideen gibt's genug. Also was man besser machen kann. Eine davon ist in meinen Augen, das Grundeinkommen. Und es hat seit vielen Jahren noch keiner geschafft, mich vom Gegenteil zu bezeugen. Macht das gerne. Ja, und ich würde mich freuen, wenn da eure Meinungen da ein bisschen mitkommen, ob das tatsächlich was ist oder nicht. Ja, ich bin ja auch ein absoluter Fan. Aber ich würde auch noch was sagen wollen. Das vermessert Krieg, das Grundeinkommen, dies und jenes, so viele Themen. Es gibt eine Formel. Frieden. Das versteht jeder. Und dann kriegt er die Leute genauso auf die Straße wie zur Fußball-WM. Eine Formel. Frieden. Da muss ich sofort was sagen. Warum? Wenn du Grundeinkommen hast und bist im Krieg, brauchst du es nicht mehr. Nur Frieden zählt im Moment für alle. Frieden. Ja, aber warum? Ja, aber warum? Du musst dir doch die Frage stellen, warum kein Frieden ist. Das stimmt, aber das den Leuten zu erklären ist so kompliziert. Erst muss der Frieden her. Wie soll das komplizieren? Das war zuerst da, die Hände oder das Ei? Wenn wir uns hier schon streiten, wenn wir uns jetzt schon streiten, gibt es keinen Frieden. Das Entscheidende ist, Frieden und dann die Dinge in Ruhe bereden. Wenn die Leute miteinander reden würden, egal wer jetzt die Schuld ist, dann gäbe es Frieden. Sich untereinander verstehen, miteinander reden, Konflikte von vornherein durch Reden beseitigen. Und wenn ihr die Leute auf die Straße fliegen wollt, dann muss es ein Zeichen. Wir wollen Frieden und dann muss es noch in den Ring ziehen und nicht mit langen Themen, die wieder verbessern, weil der eine will das, der nächste das und für den Grundeinkommen. Der vierte will sein Luxus verhalten, was auch immer. Es geht hier nur um Frieden. Danke. Und vielleicht noch, um das zu unterstreichen in den Medien. Nicht diese ganz, wenn man das liebst, wie geantwortet wird. Die Medien auf allen Seiten lügen nicht immer, aber jedoch oft, das ist Strategie. Wenn man einfach hingeht und sagt, lügt nicht, wir wollen Frieden, keine Gewalt, und das immer wieder antwortet und nichts anderes, dann gibt das irgendwann Effekt, dass die Leute das verstehen und mitmachen. Weil die Sachen, die man dort liest, die sind teilweise so kompliziert, dass die Leute den Mut von der Linze machen, weil sie eh der Meinung sein können, nichts bewegen. Eine Formen Frieden. Ich sag mal so, Frieden, wir werden hier immer von Wettbewerb. Es geht hier immer um Wettbewerb. Wir Leute müssen immer Wettbewerb Konkurrenz und das ist immer an den Medien. Wir werden nicht wohl darauf geschirrt, dass wir uns gegenseitig auseinander leben. Konkurrenz, also die Leute, die werden immer mehr defamiert. Es gibt so viele Leute, die alleine leben. Es gibt sogar schon Bücher darüber, da komme ich alleine klar. Ganze Familien werden defamiert. Die Leute werden immer mehr vereinsamt. Das stimmt, aber ohne Frieden. Brandt hat gesagt, ohne Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Macht man dazu stehen, wie man will, diejenigen, die in der Vergangenheit dauernd haben, hier in Deutschland Frieden behalten. Und Frieden ist das Grundsätzliche. Dann kann man über den Rest diskutieren. Frieden! Woher kommt denn der Frieden? Ich glaube, der Frieden kommt einfach so von außen. Hallo, mein Name ist Ronny und ich gebe den Menschen das nur grundsätzlich recht. Frieden ist das, was wir alle wollen. Das ist der zentrale Punkt auch dieser Mahnwachen. Wir sollten noch eins nicht vergessen, die auch schon angesprochen wurde. Wir werden auf Konkurrenzdenken getrimmt vom Kind an. Das hängt mit der Schule an. Ich muss besser sein als mein Nachbar. Ich darf einen Einzelnen haben. Ich muss das und das sagen, sonst kriege ich nur fünf. Ich habe es mit meinen Kindern selbst gerade durchgemacht. Es ist schlimm, was hier passiert. Die Medien tun nur Übriges. Die gehen uns vor, was wir zu denken haben, von wem wir uns distanzieren müssen jeden Tag. Wer unser Pein ist, wer unser Freund ist, mit wem wir handeln dürfen. Ich finde es einfach leid. Ich mache diesen Scheiß nicht mehr mit. Es wurde angesprochen, die Wahlen. Wir können jeden Tag wählen, das ist richtig. Ich bin auch so nicht ganz entschlossen. Wählen, nicht wählen. Ich habe eins gemacht. In meiner letzten Wahl bin ich hingegangen. Ich habe meinen Schein ungültig gemacht. Ich habe hinten den Zettel dran gekackert. Ich entziehe hiermit jeglichen Parteien, Organisationen und an der Macht befindlichen Personen das Recht, um mich zu bestimmen. Fertig. Und genau so lebe ich, handele ich zurzeit. Ich lasse über mich nicht mehr bestimmen. Ich bestimme über mein Leben selber. Ich bin der Souverän, ich bin der Mensch. Das Projekt. Genau. Also, heute geht noch zu lange. Es ist ein wunderbar, nicht für die Gemeinschaft außerhalb von uns. Ich bin der Roland und mir ist ein Wort eingefallen in Bezug auf die Gedanken mit dem Frieden, den er jetzt genannt hat. Und zwar, Frieden denke ich, ist eine Sache, für die muss man in Vorleistung gehen. Und zwar im Kleinen wie im Großen. Und dann schließt sich der Kreis. Dann ist nämlich das, was ihr sagt, was im alltäglichen Leben eigentlich verwirklicht werden muss. Und genau das, was eigentlich auch in der ganz großen Politik funktionieren muss, das wird machbar. Weil, wenn man in Vorleistung geht und einen Schritt auf den anderen zutut, dann wird das von der anderen Seite auch honoriert werden können. Und vor allem, was kann man dann noch rüberbringen? Wenn ich manöver vor der Haustür von jemand anders mache oder wenn ich mich dann im Knüppel umstelle, was jetzt direkt hier, das ist kein Friedensangebot. Genauso ist es kein Friedensangebot, wenn ich auf der Arbeit meinen Kollegen, der heute gerade mal einen schwachen Tag hat, vom Vorgesetzten runter machen lasse. Und nicht für ihn einstehe und meinen, wie gesagt, muss man auf. Mir geht's nicht gut. Gib mir ein paar von deinen Eltern. Ich zeichne technische Zeichnungen und so. Ich mach zwei von denen und das sieht am Ende normal aus. Ich hab als Lehrling an der Bohrmaschine gestanden. Ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte. Ich hab eine Teilbearbeitung gelernt und ich war Student dann und musste Geld verdienen. Da bin ich nach Firnheim irgendwo, da drüben irgendwo. Und ich war in der Firma und der Meister hatte mich voll auf den Kieker. Und ich hab natürlich meinen Lot, meinen Soll nicht geschafft, weil ich hab immer ganz genau ausgemessen, wie ich das in der DDR gelernt hatte, in die Mitte und dann Bohröl und alles drauf. Und das hab ich das Soll nicht geschafft. Er hat gesagt, du bist heute Abend, wenn du nicht fertig bist, dann bist du draußen. Und ich hatte hinter mir, das war ein Laute, wie der da hingekommen ist, weiß ich auch nicht. Der stand da in der Drehmaschine und der kam dann von hinten und hat mich so zur Seite genommen. Dann hat er das Bohrfutter genommen, das ist jetzt technische Begriffe, ist egal. Das ist in die Mitte gestellt, mit der Hand festgehalten und dann ein Stück nach dem anderen durchgebohrt. Ich hab das nur gesehen. Der hat innerhalb von einer halben Stunde der Tagessolge gehabt, der hat mir Arsch gerettet auf Deutsch. Und das ist die Idee. Wenn man in Vorleistung geht mit dem, was man kann, das muss nicht immer der direkte Weg sein. Aber es gibt Dinge, von denen weiß man, ich kann nicht. Ich kann Nagel in die Wand schlagen, die Nachbarin kann das nicht. Also sag ich, ich bin immer im Lager um die Wand zu schlagen lassen, dann sag ich mir das und dann mach ich das. Und das sind die kleinen Schritte. Und dann kommen die anderen Schritte. Aber wenn wir nicht in Vorleistung gehen, jeder von uns, dann gehen die Großen da oben auch nicht in Vorleistung. Weil die sehen nach unten und die sehen da welche, die machen so, genau wie sie sich das vielleicht gedacht haben oder vielleicht auch nicht gedacht haben. Aber ich denke, das ist ein Schritt, den man selber machen kann. Das wollte ich auch mal sagen. Das wälzt, also ich finde das sehr sympathisch, was man vorher gesagt hat. Aber das wälzt quasi die Last eigentlich dieser Gesellschaft auf den Einzelnen ab. Und das ist nicht so, Leute. Ich muss nochmal wiederholen. Wir leben in einer Gesellschaft, die total ungleichgewichtig ist, wo die Besitzverhältnisse also üffelt sind. Nochmal, 85 Leute, die 85 reichsten Menschen der Welt besitzen mehr oder genauso viel wie die ärmere Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Das heißt, oder genauso viel jedenfalls. Also 85 Menschen besitzen genauso viel wie dreieinhalb Milliarden. Das muss man sich mal auf der Zunge vergeben lassen. Das heißt, wir sollen durch unser Verhalten, durch unser solidarisches Verhalten, freundliches Verhalten, quasi die Wunden, die durch dieses finanzkapitalistische, irrsinnische System gerissen werden, heilen. Das ist Quatsch. Das geht nicht. Wir müssen das ganze scheiß System ändern und nicht angewöhnen mit dem Arsch wackeln. Also das mit dem Arsch wackeln, das nehme ich mir nicht an. Das mit dem Quatsch. Es gibt rein logisch gesehen Argumente, die führen zu Aktivität und es gibt Argumente, die führen zu Passivität. Man kann sich die Argumente, die auf Passivität ausgerichtet sind, wenn man die annimmt, handelt man nicht mehr. Das ist zu Ende. Dann schluckst du nur noch Sachen in dich rein und dann war es das. Oder man sagt sich, das hier ist die Grenze, die ich bereit bin zu akzeptieren und ab dann fange ich an zu handeln. Und was du sagst, die 85 Leute, die sind nicht deshalb reich geworden, weil sie sich mit dir beschäftigt haben oder mit den 3 Milliarden anderen Menschen, sondern, sagen wir es mal andersrum, es gibt einen ganz klugen Kopf oder den Gabelslager nur noch. Das ist Karl Jaspers, das ist ein Philosoph. Und der eine Satz von ihm ist, jedes Volk trägt die Verantwortung für die von ihm gewählte Regierung. Punkt Ende. Das Volk, das heißt die Einzelpersonen des Volkes sind ja souverän. Das sind diejenigen, die hinter den Gesetzen stehen. Und das ist auch die Außenwirkung. Jedes Volk wird für das genommen, was seine Regierung tut. Das ist der Punkt. Ich würde immer, wenn ich sage, entweder ich verwälze die Verantwortung ab und erwarte von anderen, die sollen was tun, oder hier, selbst in kleinen Schritten, Arschwackern kann ich nicht so gut, aber Hände, Nägel einschlagen, das geht schon, würde ich eher das mit den Nägel einschlagen versuchen. Das war auch nur ein Bild. Das hat jetzt nicht, dass jeder jetzt mit Mama nicht zugegenlaufen soll, das ist ein Bild gewesen. Es gibt für jeden eine Sache, die er tun kann, und es gibt für jeden eine Sache, die er als ersten Schritt tun kann. Das ist der Punkt. Danke. Also wenn ich mir diese Fahne so angucke, dann steht da nicht Peace, sondern Pace. Spanisch, okay, jetzt haben wir es verstanden. Was ich aber sagen wollte, ist einfach nur, ich meine, es geht um Frieden hier. Und wir sind die Kinder der Gesellschaft. Und ich denke, dass wenn wir mit einem guten Beispiel vorangehen und zeigen, dass man sich untereinander liegen kann, dass man sich gegenseitig unterstützen kann, dann sind wir vielleicht das beste Beispiel für die Leute da oben. Für unsere Eltern, für unsere Politik. Und ich denke, das ist einfach der beste Weg, dort ranzugehen. Danke. Ich habe 1982 ein Buch gelesen, zu tiefen DDR-Zeiten. Das hat mir jemand besorgt. Ich habe in Magdeburg gelebt und habe einen Freund gehabt, der hat mir ein Buch gegeben von Johann Galtung. Johann Galtung war kein Glück im Kopf. Und ich war, nachdem ich das Buch gelesen habe, erst mal, es war wie die Bibel, wenn man sagt, sie sind verschleusene Versiegel, das kapiert es dir nie. Dieser Mensch, der Professor Johann Galtung, lebt in Norwegen, lehrt dort an großen Universitäten oder hat gelehrt. Und ich war fasziniert von diesem Buch. Der legt dir erst mal gleich in dem ersten Kapitel klar. Frieden ist kein Zustand. Frieden ist nicht das, was man irgendwie mal kriegen kann und dann ist es da für eine Ewigkeit. Frieden ist eine Handlung, die alltäglich stattfinden muss. Frieden ist niemals die Abwesenheit von Gewalt nur. Frieden ist das, ich glaube Frauen und Mütter können das gut nachweisen, ein Säugling fragt nicht danach. Frieden ist das, es wird gestilltes Kind und das ist das Normalste, das Natürlichste und das Fried, und jetzt kommt das Wort dabei, Fertigenste, was Menschen einander tun können. Ein Säugling muss natürlich nicht nach Frieden fordern, es hat den Frieden. Nach mein Dafürhalten und so wie ich Galtung verstanden ist da aber auch der Punkt, wo wir als Menschen, nämlich vernunftbegabt, voller Verstand und Gefühlen, von da an unseren Kindern, Kinder dann wieder in ihrer ganzen Schulbildung, in der ganzen Familiität, die sie hat, in ihrem Berufsweg Frieden herstellen muss. Wir müssen als Menschen sofort, ich sag jetzt mal, so schreibt es gar nicht, weil ich kann ihnen nicht alles zuschustern, wir müssen sofort funktionieren. Und wir merken, das fällt uns immer schwerer. Aber immer wenn wir die Hoffnung auf Frieden abgeben, an jemand anderes darüber entscheiden sollen, dann machen wir als mundige Bürger den ersten Fehler. Und deshalb ist es wichtig, wir fangen hier erst an, heute hat die Polizei gesagt, waren wir 70, wir waren ja schon mal 500 und wir werden auch wieder mehr werden. Wir brauchen gar nicht viel mehr Themen. Aber das, was Galtung dort auch sagt, schreibt und lehrt, ist, dass Frieden eben nur innerhalb einer staatlichen, also einer Gewaltstruktur spürbar und erlebbar ist. Es gibt diese Gewaltstruktur, die spüren wir ja. Das sind unsere Gesetzgebungen. Das ist dem, wenn die Polizei hier kommt und aufpasst, dass es uns sehr gut geht. Natürlich ist das jetzt nicht unwohl, die haben mich nicht gekniffen, die schimpfen nicht mit mir, die schimpfen nicht mit uns. Aber das sind staatliche Strukturen. Die akzeptieren wir ja auch. So leben wir ja auch. Und die brauchen wir ja auch. Aber das geht ja in alle Lebensbereiche rein, wie wir heute gehört haben, in Vertragsgestaltung hinein. Nur hier müssen wir nicht wirken. Und so stellen wir unseren Frieden her. Wir dürfen nicht zulassen, dass andere, weil sie irgendeinen Vorteil haben, darüber entscheiden, was wir in unserem friedlichen Zusammenleben und miteinander brauchen. Das müssen wir mitbestellen. Frieden ist also jetzt nicht nur so eine pauschale Überschrift. Und eine Friedensmahnwache ist nicht nur einfach so eine Losung, sondern es geht darum, alle Denkweisen. Frieden ist das, was uns nicht stört. Und alles da rein zu packen. Galtung sagt, und das hat mich dann zu den Lehrzeiten ins Gefängnis gebracht, dieser Frieden, den wir dann wollen, wenn er verstanden ist, er nennt ihn den positiven Frieden, die Abwesenheit von Krieg ist der negative Frieden. Der positive Frieden, dort gehört jeder, er nennt das soziale Verteidigung. Da gehört wirklich alles Kindergärten, Schulen, was wird gelehrt. Unsere Selbstbestimmung, unsere Mitbestimmung gehört dort alles rein. Also das gehört auch hier in die Friedenswache rein. Es gehört in die Gesetzgebung, es gehört in unser Grundgesetz rein. Wenn heute wieder viele sagen, okay, was ist denn hier noch mit dem Grundgesetz, dann müssen wir darüber reden. Aber proaktiv. Als Friedensaktivisten. Wenn ein Beispiel, was abgeleitet bei mir Galtung dann ausgemacht hat, wir haben Paragraph 25, 26. Das ist einfach mal der Verbot jeglichen Angriffskrieges. Wir dürfen nur Gewalt anwenden, staatlich strukturete Gewalt anwenden, das ist im Verteidigungsfall. Wie gehen wir denn mit dem Gesetz um? Nur weil angeblich eine Bündnis, eine Bündnis Anfrage ist, wo niemals eine Verpflichtung ist. Das dürfen wir der NATO nicht anwenden. Es gibt nämlich keine Pflicht. Es gibt nur eine Bündnis, eine Verteidigung. Die machen dann alles, die stecken da alles rein. Wir müssen also auf unser Grundgesetz achten. Wir müssen einen fordern. Wir dürfen nur um Verteidigungsfall uns schützen. So wie wenn Hochwasser eben auch Militär und technisches Holzwerk hinkriegt, um dort Menschen zu retten, Menschen zu helfen und um Sachgegenstände zu retten. Mehr erlaubt das Grundgesetz nicht. Wir haben in Afghanistan nicht mal Interessen zu haben. Wir haben nur keine solche Atmung hinzuschütten. Wir dürfen das auch nicht. Denn jeder Afghane und Pakistaner oder sonst wer, der dort ermordet wurde, ist ein Verstoß des Völkerrechts und unseres Grundgesetzes. Unser Grundgesetz teilt das. Nicht weil wir darüber zu sagen, sondern weil es auch wirklich im Vergleich mit anderen Verfassungen ein sehr humanistisches ist. und weil es uns die Möglichkeit gibt, sehr aktiv damit zu umzugehen. Und da passt der Frieden und unser Friedens wieder rein. So, ich hab jetzt mal so zwischendurch interveniert. schon. Hariel Schubert, seit 62 Jahren in Leipzig. Ich hab einen Wunsch. Wir haben viele Meinungen heute gehört und es wäre schön, wenn wir mit einem ernsten und besinnlichen Gedanken auseinander gehen. Und es wäre schön, wenn wir am Ende unseres Kaffees noch nach dem Montag hören könnten. Als Schlussstrich, als Abschied und als Wiedersehen fürs nächste Mal. Wollt ihr, dass jetzt Schluss ist? Nein! Antwort, Antwort! Aber wir können das ja machen, dann werden wir Schluss machen. Wenn hier keiner mehr was zu sagen hat, dann kann man durchaus das Land noch mal vortragen. Also, wir würden hier keine Diskussion ab. Ich bin sehr gut überrascht, was heute alles hier so dann doch diskutiert wurde. Also kommt. Zum Beispiel habe ich jetzt das Grundgesetz angeführt. Ich habe diesen Friedenswillen, diese Friedenspflicht der deutschen Regierung, also auch des deutschen Parlamentarismus angesprochen. Denn die Pflicht haben wir. Wir haben keine Bündespflicht, wir haben aber eine Friedenspflicht. Und vielleicht kommt jemand und sagt, das geht mir schon lange so, jetzt muss ich das noch so haben. Ja, zum Thema Grundgesetz und... Also, da habe ich angesprochen, das Grundgesetz ist verboten, das ist richtig, einen Angriffskrieg zu führen, uns vorzubereiten. Das, was bei uns passiert, ist nämlich die juristische Auslegung des Grundgesetzes, Kommunikation, was ich auch schon öfter mal angesprochen habe. Wir müssen viel mehr Wert auf unsere Wortwahl und auf das Verständnis der Worte nehmen. Und juristisch sind alle Worte definiert. Wenn ich sehe, wie heute unsere Sprache auseinandergenommen wird und überhaupt vergewaltigt wird. Wir reden in einer halben Stunde aneinander vorbei, weil keiner weiß, wovon der andere redet. Das ist das, was letztendlich passiert. Und das, was passiert im Grundgesetz zum Beispiel, was ich gesagt habe, ist die verboten, eine Angriffskriege vorbereiten und zu führen. Es ist aber nicht verboten, dabei teilzunehmen, was wir machen. Wir führen, wir nehmen daran teil, im Rahmen der NATO. Darüber sollten wir uns immer Gedanken machen. Ja, dazu nochmal was. Da hast du natürlich vollkommen recht. Wir führen keinen Krieg, wir nehmen teil. Aber warum nehmen wir den teil? Das ist jetzt wieder genau der Punkt, der uns zurückbringt auf die ganze Geschichte mit der Wahl. Wir haben darüber irgendwie keine Wahl. Weil wenn in Deutschland die Leute das einmal per Volksabstimmung abstimmen dürften, dann wissen wir ganz genau, wie das ausgehen würde. Also das wären wahrscheinlich mehr als 90 Prozent, die unsere Jungs wieder nach Hause holen würden. Egal wo, wo sie jetzt gerade sind. Und ich wollte einfach nur nochmal sagen, wir sind auch gezwungen, das müssen wir jetzt mal sehen, denn so gut unser Grundgesetz sein mag, wir sind auch durch dieses Grundgesetz dazu gezwungen, dieses Bündnis mit den Amerikanern aufrechtzuerhalten. Und deswegen sollten wir uns langsamer anfangen, Gedanken zu machen über unseren Artikel 146. Ich hoffe, ihr habt alle eure Grundgesetz zumindest mal gelesen. Wenn nicht, guckt zu Hause nochmal nach. Gegen jeden, der es unternimmt, gegen unsere verfassungswidrige Ordnung zu agieren, haben wir das Recht auf Widerstand. Und davon sollten wir langsamer anfangen, Gebrauch zu machen. Danke. Entschuldigung, das war Artikel 20. Mit dem Widerstand 146 ist das Recht auf eine selbstbestimmte Verfassung, die sie ins deutsche Volk in freier Wahl und Abstimmung selbst geben darf. Eine Kleinigkeit nur noch. Ich bin jetzt seit ähnlichen Wochen hier auf den Montagsdemos gewesen. Ich habe mir das immer angehört. Ich bin in erster Linie hier, um mich auch weiterzubringen, um mir, ich bin hier meine eigene Meinung. Ich möchte nichts aufgeschwackt bekommen. Ich nehme hier nichts blut an. Aber ich finde, man sollte sich in meinem Anruf auf jeden Fall anhören. Man kann diskutieren, das ist schön und gut. Es wird viel gepostet auf Facebook, im Internet ist man sehr viel. Da heißt es auf der einen Seite, die sind Montagsdemos hier, sei in rechtsradikaler Natur, aufgrund irgendwelcher Leute, die hier Organisatoren sind. Dann heißt es auf der anderen Seite, sei hier, linksextreme Polemik. Allein dieses kontroverse Bild, was sich mir da bildet, zeigt mir deutlich auf, dass wir durch die Medien ziemlich stark beeinflusst werden. Und ich möchte euch alle bitten, weiterhin an den Montagsdemos teilzunehmen, hierher zu kommen, scheißegal, was die Leute sagen, sei es rechts, sei es links, spielt keine Rolle, es geht in Frieden. Und das ist eigentlich so für mich jetzt so das abschließende Wort. Bleibt weiter am Ball und kämpft dafür, für was ihr immer je herbekommen seid. Ich bin der Meinung jetzt, in was man ist der Meinung nach der Meinung, ne? Und am nächsten Montag sind wir wieder gut vorbereitet. Und dann sprechen wir nochmal über Angst. Zum Schluss, wie ihr wünscht, unser Mantra. Wir stehen hier, weil wir gegen jede Beteiligung der Bundeswehr in Kriegseinsätzen sind. Wir stehen hier, weil wir gegen die Korruption und den Export von Waffen und Rüstung in die ganze Welt sind. Wir stehen hier, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder nur im kriegerischen Denken erzogen werden. Wir stehen hier, weil wir uns von dieser Regierung nicht vertreten sehen. Und wir laden euch ein, eine neue, friedliche Streitkultur mit uns zu leben. Eine konstruktive Streitkultur mit offenem Verstand und offenem Herzen. Eine neue Art des Zuhörens mit Neugier auf die großartigen Ideen, die die Menschenumwärterung in sich tragen. Wir möchten über Fakten reden, Neues lernen und mit Respekt auf Augenhöhe diskutieren. Dazu laden wir euch ein. Im Sinne der Freundschaft, im Sinne des Lebens. Bis zum nächsten Montag. Applaus Vielen Dank.